Haben Sie in irgendeiner Form etwas mit Kunst zu tun? Ja. Haben Sie etwas in Ihren Händen, während Sie Ihren Beruf ausüben? Ja. Sind Sie Salvador Dalí? Salvador Dalí ist richtig. Also das ist wirklich sehr wichtig. Du gehst jetzt zum St. Regis Hotel. Dalí und seine Frau verbringen jeden Winter dort. Du gehst hin und passt auf Dalí auf. Du musst dafür sorgen, dass er malt. Gut, James. Willkommen in Dalí-Land. Oh, man. Allah, das ist Alice Cooper. Jesus Christ, Superstar. Wer bist du? Ich bin James Linton. Gala hat die Macht. Sie verhandelt und kümmert sich um die Finanzen. Gib uns mehr Geld, wir geben dir Bilder. Was immer du tust, du darfst sie nicht buskieren. Ich brauche einen neuen Assistenten. Ich borge mir diesen Knaben. Denn wenn doch, bist du raus. Seine Partys sind verflucht worden. Und ich brauche viele wunderschöne Herrsche. Arbeitet er denn überhaupt? Wir öffnen in drei Wochen. Wie arbeitet es sich für Dalí? Wir brauchen Geld. Er bewohnt sein eigenes Universum. Ich gehöre dahin. Ich brauche dich. Was ist denn los? Das ist kompliziert. Dann ist das eine Fälschung? Male! Gala meinte, du hättest Dalí bestohlen. Salvador Dalí ist ein Genie. Ich brauche sie. Als Antrieb. Dalí, um sie herum passieren Sachen, von denen sie nichts wissen. Du kriegst von mir alles. Die Kritiker scheinen ihn nicht mehr ernst zu nehmen. Ich sage ihnen nur, wie es ist. Der Tod. Davor fürchte ich mich am meisten. Und das ist der Ursprung meiner Inspiration. Manchmal ist es nicht leicht, Dalí zu sein. Und das war's. Das war's. Und... Das war's. Das war's. Vielen Dank.